ARD Text im Auftrag von Funk Ah, lange genug Tage fassen! Mal langsam aufstehen... ...und sich strecken... Hahaha, da komm ich ja wieder langsam aufs Draht, ne? Da ist doch was! Da ist doch was! Da ist doch was! Da beobachtet mich doch jemand! Bin ich hier zufrieden? Schaue ich mich selbst an? Irgendwie...irgendwie...irgendwie bin ich nicht allein. Es fragt mich eh schon lange, ob ich nicht allein bin. Könnten wir in verschiedenen Zeitebenen leben? Wo ist denn hier keine Hochhäuser mehr? Dann könnten wir alle parallel miteinander leben. Es fragt mich eh schon lange, ob ich nicht allein bin. Ey, Mann! Was ist das denn? Was ist das? Das ist ja... Das ist ja... das ist... das ist ja... Das ist organisch... Blas noch und jetzt greift es mich an! Higitt! 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 Das heftet ja mir! Da muss ich ja wegsprengen! Higitt! Was ist denn das denn, Mist? Schnell! Schnell! Oh, oh, Mann! Ey, lass mich los! Dann muss ich weg! Higitt! Da ist ein kleiner Drohn, da setz ich mich jetzt drauf! Ah! Ah! Ah, geil, nein! Da ist doch was! Hey! Na, wir geh dich doch mal rüber, dann! Higitt doch was! Mann! Da schaut mich doch irgendwas an! My ass, you fucking bastard! Jetzt wird's aber unheimlich zu... Ein Alien! Ein Alien! Ein fucking Alien! Oh Mann! Sie sind da und Ich habe noch nicht was eingenommen! Gott出來! Mann! 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 Ich... 37 aufgeregEP mit dem ganzen Blasmaseisc! Und so! Oh man! Oh Mann! Die Kurkenhangen jetzt kommen mit dem Blaxima-Zeig! Ey ich darf nicht einschlafen! Ich darf nicht einschlafen! Ich darf einfach nicht einschlafen! Dann mach's doch gleich mal! Nicht einschlafen! A chaos! pluckگiffe mich nicht! Die krähaack Cantos! Ah! Ich sag... Ich darf einfach nicht einschlafen! Dann kenn's ju nicht mal! Ich sag.... Ich darf einfach nicht einschlafen! Oh man, oh man, die Kurkenhäle, es kommt mit dem Plasmazeug, ey, ich darf nicht einschlafen, ich darf nicht einschlafen. Hilfe, help! Oh man, du! Oh! Was, 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 was war das denn? Die haben mich teleportiert? Und zurückblickt mein Herr. Los, mach das nochmal! Da steht ein Fangerer und Blödsinn. Los, los, komm raus, du! Du Alien, du Verfluchtes! Ey, Mann! Los, los, komm raus, du! Du Alien, du Verfluchtes! Ey, 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 du sollst mir das Plasma, ey, Hilfe, Hilfe, Guaia und Haie, Hilfe! Ey, 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 du sollst mir das Plasma, ey, Hilfe, Hilfe! Ey, Mann! Ich kann nicht mal teleportieren, aber ich kann es auch allein, hab selbst meine Frau um sich. Ey, 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 ey. Hey, ey, 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 ey ey, ey 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 Oh, cheers! ... ...